Hallo Wadi, Beda, ich bin nach wie vor am Entsorgen von DVDs und so weiter. Ich habe inzwischen ganz bestimmt schon über 200 Stunden Filme angeschaut. Es sind viele, es sind kaputt, es flimmert nur noch, die Farben sind weg. Ich hätte alles eigentlich früher digitalisieren sollen. Auf jeden Fall bin ich hier auf eine Aufnahme gestossen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Als ich mal bei eurer Mutter war, habe ich, bevor ich nach Hause war, ihr sagte, du Mama, so habe ich ihr gesagt, komm, mach doch noch eine Aufnahme, so bist du auch verewigt. Das haben wir gemacht und das kann ich jetzt euch zeigen. Viel Vergnügen, tschüssli zusammen, tschau tschau. Und wenn ich Fros gegessen habe, ist er immer zuverkommen, habe ich ihm immer etwas gegeben. Hat er auch einen Pudel gehabt, oder? Hat er auch einen Pudel gehabt? Ja, mit Tolli geheissen. Tolli? Dann ist er eben, haben sie noch einmal am Ende gehen müssen. Duschen am Sonntagabend noch zu mir hierher gekommen. Wie wenn er hätte sagen wollen, Grossi, jetzt muss ich nach Hause gehen. Und da haben wir fast das Herz abgedacht. Ja, das glaube ich. Ja, das ist etwas Herrliches, so ein Hund. Also ich kann nicht mehr sein, ich bin auch kein Hundefreund gewesen. Und Frau Humber, da hatte ich auch noch eine Hunde, das Tagli. Und jede Katze war so dabei. Und die haben die Beine, dann müsste ich das werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020